So meine Damen und Herren, wir spielen weiter Age of Empires 2 mit Saladin und wir müssen mal 5 weitermachen. Heiliger Krieg. Ein neues Spiel wird gestartet. So ein bisschen wieder die Boxen etwas lauter machen. Besiegen Sie zwei der drei Kreuzfahrerstädte, Tiberias, Tiberias und Ascalon. Hinweis, denken Sie daran, Sie brauchen nur zwei feindliche Städte zu besiegen. Sie können mit der Ort Helborn Handel treiben, solange er noch existiert. Okay. Holz? Was ist denn so ein Scheiß? Geil. So, let's go. Das ist ja zum ersten Mal, ist das ja ein bisschen hier Action. Kommt mal mit. Dann bräuchte ich mal unbedingt ein Pferdchen. Schön. Danke. Fängt ja schon gut an. Ah ja. Ja, dann hol mal hier direkt davor Holz. Du kannst mal hier etwas bauen. Nahrung ein bisschen eskalieren. Gut, dass wir ein bisschen die Fische haben, weil sonst tun wir uns noch fast ein bisschen schwer. Was haben wir hier nochmal? Die GW macht Schiffe widerstandsfähiger. Nö. Gut, dann bauen wir das mal hier hin. Da können die direkt mal Holz hacken. 150 Nahrung und 100 Holz. So, Handel betreiben. Unbedingt. Holz, Holz, Holz. Die können wir eigentlich direkt hier rausschicken. Hallo, Blackie. Einen wunderschönen guten Abend, Blackie. Gut, der ist jetzt noch am Start. Einmal können wir so oder so mal speichern. Blackie mag Kekse. Hallo, Kai Mock. Das versprochene Video, das ist noch in Bearbeitung. Tut mir leid. Ich habe jetzt gerade das eine Video rausgehauen mit meinem Abnehmen-Gedöns und das andere verschiebt sich leider auf morgen Abend. Ich denke so 21 Uhr schon fast, weil ich noch was dazu machen wollte. Ich wollte noch die Wasseranimation noch reinpacken. Tut mir leid. Kommt noch dazu. Texturen und den ganzen Müll habe ich schon, aber Wasser fehlt leider noch. Und das wollte ich unbedingt noch reinhauen. Habe es nicht vergessen und unterschlage es euch auch nicht. Ja, nicht genug Holz. Das Holz ist so ein Theater. Schön. Danke, Gelb. Sofern er uns nur auskundschaftet, ist es ja noch okay. Hast du schon ein Plan wegen Misk? Ne, noch nicht. Das können wir so mal, müsste ich mal nächste Woche mal gucken. Jetzt wollte ich noch Age of Empires noch ein bisschen durchziehen. Und Misk weiß ich aber leider noch nicht. Blackie. Also es wird hundertprozentig gespielt. Das Save. Komm schon. So, dann kann man es doch direkt auch auf dem sein Ding setzen. Ja, perfekt. Sehr gut. Kein Verlass auf dem Herrn. Ja, das stimmt. Frank hat nur schon vor. Das ist ja kein Problem. Alles gut. 80 Nahrung. Dann können wir den mal hier rausziehen. Was können wir hier noch machen? Nichts mehr im Moment. Die sind noch fleißig am Basteln. Ja gut, wir holen ja etwas auf. Ich bin mir nur nicht sicher, wo die ganzen Fischis sind. Gut gelernt mit dem Weg. Ja, Ben. Hab ich gut gemacht, ne? Aber du hast recht. Man muss halt immer schauen, dass wenn da halt nichts mehr ist, dann stehen die auch nur doof rum. So, Pferdchen. Gehen wir mal schauen. In der Zeit, wo die alles ein bisschen craften. 65 ist Ende Gelände. Oder kann der noch mehr bauen? Ich glaube ja nicht. Aber gut. Da brauche ich noch nicht so viel. Schmiede wäre ja ganz sexy. Mach mal das. Wir fangen mal mit dem an. Sonst geht es eigentlich ganz gut. Super. Schönen Tag gehabt. Ich war bei der neuen Spendenaktion von Einkreation. Tierheim in Biberach. Und war ganz nett. Die hatten heute so ein tolles Fest. Und haben wir kleine Miezi-Katzis gesehen. Das seht ihr dann auch in dem Video. Das habe ich auch noch so fast bearbeitet. Weil ich brauche immer das OK von der Spendenaktion. Dass ich das so verwenden darf. Und das war ganz nett. Mit so nochmal beim Frühstücken gewesen. Das war ein bisschen gemein. Weil der hat sich natürlich einen Donut gegönnt. Und ich bin ja beim Abnehmen. Das ist ein bisschen fies. Aber ja. Er hat sich sehr verdient. Boah. Das ist halt so ein Thema mit dem Gold. Das ist doof. Da brauche ich sogar Gold. Wo haben wir denn Gold? So ist richtig. Hier ist Gold. Kommt ihr mal mit? Dann gönnt euch mal da den Spaß. Das kostet alles Gold. Du hast zwei Vorkommen. Baum, Meer, Handelskarawanen. Ja das stimmt. Aber ich brauche dafür Gold, um die herzustellen. Da haben sie recht. Hier habe ich. Du hast gesagt zwei hat. Oh. Nehme ich mit. Ach hier unten. Was mache ich denn? Ist sehr gut. Habe ich nicht gesehen. So mal ein bisschen mehr herstellen. Dass die ein bisschen mehr eskalieren. So wo ist mein Pferdchen? Age of Empires könnte man auch mal wieder zocken. Das stimmt. So die sind fleißig dabei. La 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 la. Da kommen die Schäfchen. Da sind Schäfchen. Als ob. Als ob. Wirklich. Respekt. Wie es mir hart auf den Sack geht. Wie er einfach mal ein Weltwunder hinpflanzt. Angreif. Ich habe nicht so viel Gold. Zumal was möchte er angreifen. Ach du Scheiße. Ähm. 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 Als ob. Ja gut. Aber dann weiß ich, dass der da hier unten ist. Das ist ja interessant. Wie viele Steine haben wir denn überhaupt? Hut ab. Hut ab. Darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Hut ab. Wir möchten ja genug schnell den platt machen. Den können wir da reparieren. Gut. Den haben wir platt gemacht. Da wird er einfach mal angegriffen. Ihr Schweine. Boah, die sind halt mal anders stark. Ich komme nochmal zurück. Ja, jetzt gehen meine ganzen Arbeiter drauf. Aber. Naja. Komm mal hier runter. Alter. Alter, weiter. Steine. Das ist halt ekelhaft. Scheiße. Lock dir mal hier hin. Dann kann ich sie vielleicht damit platt machen. Komm mal her. Komm mal runter. 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 Derzeit. Danke. So eine Scheiße. Lies mich schon. Dir ist aufgegst. Es geht. Bis dann, Keimock. Schlaf schön. So. Nahrungstechnisch. Das, das. Okay. Lillander habe ich platt. Zählt der? Der zählt aber nicht. Respekt. Der war ganz sexy. Da ist der blaue, der mir ein bisschen auf den Keks geht. Ah, okay. Gut zu wissen. Gut, die machen das platt und sehen nicht, dass da Gold abgebaut wird. Wir müssen noch ein wenig hier pimpen. Okay. Macht Spaß. Komm, mach den mal platt, 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 platt. Läuft. Dann hier rüber. Kleines Mädchen. Bauern. Bauern. Alter. Respekt. Wir spielen auf Mitteln, ne? Das ist, äh, sexy. Das, äh, finde ich sehr, 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 sehr interessant. Kann ich den so kaputt machen? Sehr, sehr, fordernd. Leider wird man durch das Weltwunder dann etwas unter Zugzwang gesetzt. Das stimmt. Da hast du leider recht. da haben sie leider recht könntest du vielleicht den angreifen wäre ganz lieb wir machen den hier weil der nämlich noch ein bisschen zucker ist zu wenig nahrung ok das ding ist ja so dass ich hier mein gold relativ safe ab dann gehen wir mal hier raus dass man dieses gold draußen etwas schneller aber abarbeiten ja ich weiß es ist alles nahrung wer arbeitet denn nicht habe ich denn irgendwas wo ich draußen vielleicht basteln könnte ja genau mädchen ne kommt aber mal mit es wäre ganz cool nicht genug heutzutage so das dann wäre schön wenn was würde hier raus tun das wäre jetzt mega scheiße das sind transport schiff das wäre etwas unangenehm hier handelsgaleone galere bauen transport schiff das wäre etwas unangenehm hier handelsgaleone galere bauen transport schiff wir brauchen halt holz dass das holz so beschissen ist man das könnte ich mir noch holen ok ja holz ist richtig kacke das sind solche kamikaze ding feuer respekt gut ab zumal das nämlich auch hier noch ein scheiß ist die können ja geschmeidig mir so noch zu setzen ich glaube der start ist hier nicht so gelungen hätte nicht gedacht dass die so hart stressen am anfang und das ist so krasses holzproblem habe das ist ja unfassbar das ist so ein unmenschliches holzproblem habe vergiss es alle achtung vor allem wenn der mal stehen bleiben könnte ne aber und 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 wisst ihr was wir machen mal geil jetzt kommen die nächsten cool hier sind ja meine gehen wir mal hier runter nur mal zu gucken was wer wo ist weil wir starten sicher noch mal neu die können von mir aus da weiter basteln das ist mir egal das problem ist halt immer nahrung was hat daraus kommt man mit ich habe so stimmt das wäre eine idee da hast du absolut recht kommt man da überhaupt denn hin was ich hier vorhabe so Musik Siehweg ist sogar schwierig, weil der... Ah, ok Wie viel sind denn das? Ah, ok Ok, Orange Ihr läuft da hin, wenn ich es euch sage, ihr Pisser So Gut, jetzt habe ich das ein bisschen auskundschaftet Das ist ja ganz süß und ganz nett Das ist ja auch ein bisschen auskundschaftet brauchst du hier fünfmal so viel mit belagerungswaffen ach auf einmal hat man holz ich frage mich mal aufs neue auf was die eigentlich einschlagen und es wäre cool wenn ihr mir nicht so hart auf den sack gehen würde wo auch immer wo habt ihr denn jetzt ein schaf gefunden wir brauchen es jetzt einfach mal hier sehen da würde hilfe und fisch ein bisschen das schaffe ich glaube ich nicht mehr das schaffe ich glaube ich nicht mehr habe ich hier dritten habe ich hier nicht dann bräuchte dieses level das habe ich nicht trivoges nicht genügend holz nicht genügend holz sagt er ach stimmt dann muss es erst runter sorry ben hast recht da hast du recht tschuldigung das habe ich total vergessen das erstes weltwohner gebaut werden muss und dann gehen erst die 500 jahre runter hatte noch irgendwie das anders im kopf da kannst du nichts reißen wenn die so hart ein auf den sack gehen die bösen schiffe musst du weghauen sonst hast du auch nichts lange ja das stimmt ja guck hier aber erst mal pimpen dass ich überhaupt was geschissen bekommen repariert im müll mal erst mal aufpimpen und dann kann ich die schiffchen besser bauen drecks kai sonst bist du auch immer so dämlich sehr gut gut du baust fleißig du machst es du machst es ihr könntet eigentlich noch mal holz hierhin machen gut 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 warum habe ich nur so verkackte kleine schiffe wie viel habe ich 135 und der hat 100 euro ok wer ist der nächste noch kommt dann könnte ich eigentlich los tieren und wenigstens mal einen weg snacken angriff die suizid schiffe habe ich dir die habe ich nicht habe ich so böse schiffchen ernsthaft warum tun sie die nicht da drunter bescheuert bleib hier das ist wegen dem upgrade deswegen doch tun sie die nicht direkt hinsetzen so da sind die zwei das mache ich hier und revoges kriege ich nur wenn ich diesen hier mache hallo emelina da ist ja ein ding den habe ich nicht gesehen sorry schade man gehen ja noch auf den sack so bleibt mal hier das 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 wird gepimpt das wird gerade aufgemotzt habe ich denn noch irgendwo ok fett hier geh du mal dahin sehr seine ja die meinte ich die normale schiffe stressen deine gebäude nur ein bisschen die galleonen sind böse wegbomben ok verstehe danke ben gold habe ich das habe ich nahrung ist halt so eine sache wenn sie mich mal fünf minuten in ruhe lassen das ist eigentlich gerade ok so das sind wieder kleine fischies imperialzeit haben wir bald schmiede ist soweit eigentlich gepimpt ich bräuchte noch paar süße pferdchen 250 nahrung ok 350 jahre habe ich aber klar noch mal eine stufe pippen wir cool sehr schönes kino mag die dinger ich finde die so gut im lobby schluck trinken ich finde meine eigene leute plattmast 99 ja geht das war klar dies war dann wohl klar so geht ihr da mal dahin und ihr einfach mal wirklich mir nicht hart auf den sack gehen süß wo hat denn der noch gold? nirgends mehr ne? so so hallo servolok ja ich gebe mein bestes mit age of anpice ich versuche mein bestes ich versuche mein bestes ok ein wenig die anderen zu èrgang äm jetzt wir könnten es eine noch ein bisschen aufpimpen aber ich weiß nicht ob sie das großartig lohnt wie geht es denn so beschissen um ehrlich zu sein also es ist er nicht so toll das ist er nicht so das ist okay dann können wir uns ein bisschen noch mal hoch steigern der war ja süß der war ja süß okay der tipp mit dem weiter wie die voll übelst reinhauen der tipp mit dieser krone war super danke für die 300 bilds verrückter mann danke danke und hier noch mal ein pfeil rüber jetzt habe ich das auch mal gecheckt so fett dann habe ich das hier das habe ich dort danke noch mal für die bits bester mann so meine damen okay jetzt haben wir bald zu viele menschen und zu wenig holz also das mit dem holz ist a little bit nervig muss ich ja schon sagen so jetzt habe ich eh kein gold mehr abeliefer kein fleisch Wuhu! Amelie, I can't touch this game. Denn ich möchte gern speichern. Für Jason Statham doch immer. Danke. Gerade jetzt, wo ich gerade weglaufe. Als ob ein Neu-Spiel-Laden. Ja. Gerade, wo ich weglaufe, kommen die. Lauft ihr schon mal hier runter? Trefft euch ja mal hier. Schwanerei. Ich weiß, das Limit ist erreicht. Äh, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber das ist halt so. Was bringt mir, wenn ich den blauen Blatt mache? Weil ich habe eh Zeitdruck. Man muss eigentlich den Orangenen ein paar aufs Maul geben. Vor allem ist der Orangene noch ein bisschen uncooler am Start. Wie der blaue von den Punkten her. Ja. 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 Du musst drei Gegner weg machen. Laut Mission, es gibt meine ich. 24. Äh, genau. Okay. Gut. Ja. Ja. Und jetzt, wir werden hier. Ja. Maul. Ja. 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 Das Gold ist halt so übelstressig. Ja, ja, ja. Hat der Maul? Hat der Maul. Let's go, komm. Greif an. Ach, die eskalieren hat schon. Wenn du da ein Paar hast, es ist viel zu wenig, was ich hier habe. Viel, viel, viel zu wenig. Gut, das ist viel, viel, viel zu wenig. Gut. Knifflig. Knifflig, knifflig, meine Damen und Herren. Aber so sollte es auch sein. Knifflig, knifflig. Dann machen wir es so. Und dann können wir hier nämlich noch ein bisschen mehr eskalieren. Da habe ich nicht genügend Gold. Aber wir könnten etwas fertigen, um etwas Neues zu bekommen. Okay, gut. Ihr kommt mal hierher. Und. So. Gut. Da sind die Fischlis. Da haben wir hier ein bisschen hier ein, zwei, die ein bisschen Action machen. So, ihr könnt auch noch hierher. Das Problem, was ich gerade gemacht habe, ist, ich habe das Holz vernichtet. Meine Holzboys. Fischlis. Und jetzt kommt der Fischlis. So. remembering ich gleich gut. So. Schöpfe. So. 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 Das juckt nicht so. Alter. Was für ein wildes Tier. Das wäre eine Möglichkeit. Nein, 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 nein. Das wäre auch eine Möglichkeit. Oh, scheiß Dreck. Boah, do, 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 do. Fahr mal runter. Siehst, dass der See wirklich schwerer ist. War zumindest bei mir so. Macht er das, wenn ich die 1000 ihm zahle? Danke. Wo auch immer die jetzt gerade herkommen. Wie es mich gerade übelst auf den Sack geht. So, einen verlieren wir. Kommt ihr mal hier hin. Weil das nämlich eben, nämlich beschissen funktioniert hat. Komm, eskaliert mal. Als ob. Taktisch sehr unklug. Und dann kommt blau auch nochmal. Gut, jetzt greift er mich an, der blaue. Jungs, ich habe aber keine Lust, noch mal zu laden. Also, 15 mal laden für eine Aktion finde ich ein bisschen uncool. Wenn ihr es schafft, könnt bitte nach Hause reiten. Äh, wie kann man da nochmal Handel machen? Das war es nicht. Wo ist der Fette? Geht gar nicht. Kriege ich gar nicht hin? Doch. Hätte ich hinbekommen. Warum geht das nicht? Tributzahl an 20 Kosten. Reitet zurück. Ganz geschwind. Es ist ein wenig stressig, meine Damen und Herren. Hört er jetzt auf, mich anzugreifen? Komm mal ein bisschen näher, dass du, äh, von hier getriggert. Kann ich dir nicht sagen. Wer mir bei der Hackfresse nicht so einmal hier erlauben. Und er greift trotzdem an. Okay, sorry. Wir müssen nochmal laden, weil das ging total schief. Krass, ne? Jedes einzelne Game brutal einfach, ne? Für einen Arsch war das. Das war der Orangene, der mir das eingebunden hat. Es war Tiberias, meine ich. Nicht Ascalon. Könntet ihr einfach mal passiv sein. Das ist so selbstmordgefährdet, die hier Deppen. So. So. Feuer. 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 ok und dann noch dass da eigentlich später warte mal verkaufen sehr gut und ihr könnte mal ins holz hier ein schönes kino die laufwege sind viel zu weit das ist viel zu viel meine damen und herren viel zu viel 200 gold für einen sohn arsch komm gib gas ich glaube da geht hinter geht ich mit dem handel wir werden vorher abspeichern das kann sehr gut sein dies kann sehr gut sein leider zwei fische 2 2 das können wir mal ein fahrrad zum heilen wo habe ich deine kirche nirgends dort ist schön top also dass das ich würde mal sagen wir speichern mal kurz inzwischen tiberias danke wir haben gespeichert vor tiberias war das sind wir mal gespannt mit dem waffenrufe die belagerungswaffen kann ich auch im dorf reparieren ach nee mit dorfarbeiter cool stimmt tatsache nee gta leider nicht gta habe ich früher auf der play sie noch gezockt dabei so leider nicht mehr leider nicht da werde ich aber oft gefragt ob ich das spiel spiele dafür kann ich nichts wenn der da vorbei läuft also ich weiß ja auch nicht so das sind ja schon einige nette und sowas aber das ist hat gold dass wir hat nahrung wo ist es denn wo wird denn noch überhaupt was hergestellt ich glaube dass mit dem blauen das ist schön für den arsch danke du stück müll sehr gemein sehr gemein sehr gemein blauer was aber auch ist ich habe hier nicht umgestellt ne das ist es aber ich glaube so oder so bringt es nichts wir hätten im gold schicken müssen und danach auch verbündeter setzen aber trotzdem sagt trotzdem nicht wir trauen dem arsch trotzdem nicht wir gönnen wir sparen uns den spaß verkaufen also 75 ist halt auch einfach kacke den hätte ich noch gern mit dass wir vier stück hätten dann hätte es noch ein bisschen einfacher natürlich nerv nerv die springen natürlich dann auch um die ganze zeit das ist natürlich auch das also es summiert sich dann schon ja 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 rennt ihr mal vor kommt ich flipp gleich aus blauer du gehst mir ziemlich hart auf den sack mann weißt du das ich finde es so krass dass jedes jede kampagne aufgabe dieses mal bis jetzt hatten einfach übelst einfach war also so übertrieben einfach wo man denkt sehr gut bis unterfordert und sowas na und jetzt auf einmal aus dem heiterem himmel eskaliert zeit derbe ich habe schon geantwortet ja auf geht ja nie spiel es leider nicht ich habe es mal gespielt in der zeit lang aber nicht mehr so wird es auch oft gefragt dass ich gta ob ich gta zocke wo kappers folgen danke sehr danke für den voraus sonst kriege ich wieder eine ermahnung in germanistik herr pampel muss und somit schickst du auch noch gold wasser verhalten das internet machen auch nicht so schlimm ich weiß so das ist ein auch ein sehr guter tipp gewesen ben ich wünsche eine sehr schöne nacht server lockt danke fürs zu sehen sehr 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 lieb mega danke jetzt setze ich die blöden pisser hier hin weil das ist ja schon haarströmend okay let's go einmal speichern oh mein gott oh mein gott oh mein gott warte jetzt muss ich kurz gucken ich mogel schnell bitte nicht überrascht sein ich habe voll probleme mit der kapange ja ja ok 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 war in mi es machen Mühe. Mühe. Come here. und greifen recht okay mache ich mache ich mache ich nicht genug gold das verstehe ich gut wie gehen wir ein bisschen rein und sagen mal ein bisschen hallo ich bin auch gerade froh dass wir ein bisschen luft haben hinsichtlich dessen dass hier da rein und du hier ein 52 die werden es immer wieder aufbauen das stimmt leider 45 jahre ich glaube nicht dass der es mir reicht wo zeit sehr übelst übertrieben knapp komm her komm her komm her komm her der fahrer langweilt sich dass da hast du wohl recht der langweilt sich den habe ich nicht mitgenommen die andere frage ist da wir müssen hierhin kommt her und du mach mal bitte das blatt wo ist der andere hier kommen unbedingt hierhin du kommst du auch noch hierher 17 jahre ich glaube nicht dass das funktioniert komm specki komm her acht jahre das schaffen wir leider nicht mehr schade ich weiß nicht ob mir die fünf minuten noch reichen ich müsste halt noch zwei drei drehbruches mehr machen dann könnte es vielleicht hinbekommen und sowas ne und oder ja ich brauche fünf minuten mehr und das ist es und die fünf minuten das ist das was ich nicht habe fach nochmal laden gemein 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 wir werden 15 bin mir normal gestrandet aber da waren mindestens 20 schiffchen auf einem ok bevor wir angreifen bis die da unten sind ist nämlich weihnachten ok let's go ich habe nicht gewusst dass man so dermaßen schnell eskalieren muss aber gut so ist das halt wird es Ach, fuck. Weiß, der letzte musste ja unbedingt sein. Das musste ja unbedingt sein, dass der so dermaßen hart zuschlägt. Macht er uns kaputt, wenn wir da stehen? Ja, natürlich macht er uns kaputt. Ein wenig Stress muss sein, dann ist die Welt voll Sonnenschein. Du, die reichen, 65, die sind noch fleißig am hackenden Tieren. Und der Priester kommt mal mit, der sagt nämlich auch mal hier unten Hallo. Dead of Empire Damage. Komm her. Sehr gut. Hier, mitkommen. Letzter. Rein. Rein in die Olga. Warum muss ich mir eigentlich den Stress eigentlich von da geben, wenn ich doch von hier sicher auch feuern könnte? Ach, shit. Äh, hier. Mach mal hier Rambazamba. Mach mal du das kaputt, weil sonst machst du meine Leute kaputt. Und darauf hätte ich leider nicht so Bock. Geht ihr mal, geht ihr mal da weiter rüber. Äh, so hin. So, wir haben genau 28 Jahre. Und vier Drehbougés, die versuchen etwas zu eskalieren. Hier habe ich nochmal zwei. Müsste reichen. Nein, 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 bleib hier. Sehr gut. Ich würde ja gerne abspeichern. Das was ich umsonsttherin. Na, 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 na. Oder bis hin. Nein, verdammt, dass die auch so weit bumm bumm machen können, dass die auch so weit kommen. Da machen wir es so. Wie weit musst du fahren, dass das nachher passt? Oh, das reicht sogar. Ja, du kommst dahin und du kommst dahin. Okay, cool. Also, euch lasse ich hier. Wie sieht es denn aus? Schön. Der kommt da nicht hin. Das ist denn zu nah. Scheiße. So, wir locken euch ein bisschen weg. Und den letzten noch. Deswegen bumm bumm machen, hast du recht. Wie viel brauchen das? 300 Gold. Ich habe da nicht mal eine Latte am Zaun. Bomm, dass alle hingehen. Dass alle, aber auch gar alle. Jason Statham. Hallo, Starboy. Age of Empire. Ja. Da soll auch alle hingehen, ne? Jeder einzelne. Ja gut, den brauchen wir nicht mehr. Braun bleib hier. Lassi bleib hier. Gut. Gibt es abgehört, dass Türmannbogen auch in den Totenwinkel töten. Da, das stimmt. Da hast du auch wieder recht. So. Ich würde mal sagen, ihr zwei einpacken. Wie die Ficker immer wieder Neues bauen. Respekt. Wie sie mir hart auf den Sack gehen. So. Mitkommen. Hier formatieren. Und dann schmusen wir mal den Blauen mal ein bisschen. Der elendige Verräter. Wisst ihr was? Wir gehen nicht ganz hoch. Wir treffen uns erst hier. Bleibt mal da geschmeidig. Und der Uni. Woher der auch immer wieder herkam. Die formieren sich. Ja, formatieren. Formieren sich neu. Ich sag ja. Man muss höllisch aufpassen mit dem Jungen. Ja. Darf man sich kein Versprecherchen leisten. Dann ist dir ganz schlimm. Ja. Da könnt ihr gerne drauf angreifen. Äh. Finde ich sogar recht gut. So. Dann können wir hier gleich noch weitermachen. Du darfst auch heilen, du blöder Sack. Was geht denn hier? Hier ist ein Schloss. Ich glaube, der Blaue, der ist nämlich nicht ohne. Loll. Tashi, halt ein bisschen zu mir. Du musst zu mir halten, Tashi. Das stimmt. Gut. Da hast du vollkommen recht. Nein. Okay. Ich glaube, das gewinnen wir hier nicht. War ein bisschen zu viele. Und danke, Priester, für nichts. Danke, Priester, für nichts. Wann gibt denn der Gelbe auf? Wisst ihr was? Ja, genau, als ob. Nein. Nein. Nein, nein, nein. Und tot. Gut, jetzt haben wir alles verloren. Geil. So. Nochmal hierhin, bitte. Macht ihr denn überhaupt was? Gut. Wenn man drei Tage braucht auch, um... Die Ritter, die der hat, die sind schon bombastisch gut. Das muss man ihm lassen. Das muss man ihm leider lassen. Ich glaube, es sieht sie nicht hier als Flierer, wenn du noch bauen kannst. Musst du doch bewohner platt machen. Okay. Kommt mal her. Das ist ja unmöglich. Das geht mir nämlich auch wieder so offen auf. So. Komm. Den bräuchte ich nicht. Das passt. Das ist okay. Hier. Das da mal hin. Habe ich sonst nicht nur noch so irgendwo und schau die rumhängen. Wenn ich ein Weltwunder bauen würde, das würde nichts bringen. Das ist dann einfach... Ja, zieht er. Ich würde zwar gewinnen, aber ich würde die Kampagne nicht abschließen können. Na? Ja, ja, Thomas. Mach du nur. 22.24 Uhr. Läuft. Super. Ich denke, da du die Kampagne-Mission schaffen musst, ist der jetzt... Ja, ja. Ich würde doch niemals cheaten, Junge. Wo führten das hin? Das würde ich doch nie machen. Wo waren das nochmal? Zum Wacht- und weiterentwickeln. Blablabla. Das war's. Wo ich gerade ein bisschen froh bin, ist ein wenig, ein klein wenig Ruhe zu haben. So, die eskalieren noch ein bisschen weiter. Und die hier unten, die bauen natürlich nochmal. Aber wenn ich den jetzt einzeln da runter schicke, der geht mir drauf. Gehen wir mal außen vorbei. Ich glaube nicht, dass der das schafft. Was wir machen müssen... Speichern wir mal. Da freue ich mich drauf. Okay. Der war gut. Danke. Das ist halt scheiße. Ich sag's, wie es ist. Es ist halt einfach ein Kack. Warum brauche ich auch den? Ich bräuchte vielleicht eher die. Top-Ritter. Muss man sagen. Top-Ritter. Hä? Hä? Komm mit. Komm mit. Tag, Tag. Das ist halt. Was ist das? Was ist das? Weißt du hier? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Und der Gelbe ging mir auf den Sack. Halleluja. Der Gelbe ging mir auf den Sack. Gut, das haben wir jetzt ein bisschen verpennt. Danke. Fuck, das nicht. Pfui. So, können wir vielleicht zusammen runterlaufen. Das wäre ganz nett. So, als Team. Das wäre doch ganz süß. Das bringt mir halt nichts. Dann machen wir das hier unten nämlich dann endlich platt mit den drei Bauarbeitern. Und dann hoffen wir, dass wir den einen wenigstens mal weggenudelt haben. Und dann geht er mir auch nicht mehr so hart auf den Sack. Das ist zum Kotzen. Es ist zum Kotzen mit seinen Scheißpferden. Ich flipp noch raus mit. Es ist zum Heulen. Es ist zum Heulen, sage ich dir. Es ist zum Heulen. So, gut. Man mag es kaum glauben. Endlich geschafft. So, hier. Bumm, bumm. Kaputt machen. Krass. Wie viele da immer kommen. So, ihr siedelt euch da an, ihr da an. Wer hat nichts zu tun? Holz, Gold, alles noch so. Lala. Die laufen noch flössig hin. Flößig. Geh du mal dahin. Mach das mal kaputt. Alter. Das ist ja krass, wie viel das braucht. Gut, da war es jetzt selber schuld, mein Freund. Also, so eine dämliche Aktion. Deine Burg brennt, Specki. Wer brennt? Wo brennt? Die brennt. Die stimmt. Da hast du recht. Danke. Sie werden angegriffen. Ah. Oh, man ist durch. Man ist durch. Oh, man ist durch. Da müssen wir Steine kaufen. Das haben wir. Das haben wir. Wir könnten einmal abspeichern. Oh. Wir spielen mal ein bisschen Age of Empires. Da können wir doch mal ein bisschen durchhauen. Okay. Hm. Hat ja super. Funktioniert. Da habe ich da keinen Pfeil und Bogen, Charlie. Oh, Mann. Wollte gerade sagen, also so richtig treffen tust du auch nicht, mein Freund. Aber klar. Dass der da hinkommt. Bemerkenswert. Ne, bleibt hier. Aber ihr könnt mal hier ein bisschen hingehen, um die anderen vielleicht ein wenig zu schützen. Falls es da drauf ankommt. Okay, ein Hammer platt. Rückzug. Das Ziel hat sich geändert. Gut. Wo ist denn eigentlich der Gelbe? Der Gelbe wäre ja auch ziemlich interessant. Wo bist denn du? Der Gelbe, Ben, der könnte auf der anderen Uferseite sein. Der ist gar nicht so safe bei uns. Und der Blaue, der wird sich hier komplett breit gemacht haben. Deswegen gehen wir mal ein bisschen gucken, wie krass der Blaue so am Start ist. Gelb ist oben links. Der wird es nicht überleben. Ah, Blaue wird, äh, wird, wird nicht ohne. Dann hätte ich noch Hellblauer ist mein Freund. Tiberias und Tyrus besiegen sie zwei der Kreuzfahrerstädte. Ja, fragt sich, wer stärker, wer ist, wer ist knackiger? Musst du eh erst deine Armee auflaufen lassen? Ja, einfach muss, okay. Ups, hier habe ich zwei falsche gebaut. Okay. Ja. Ah, die könnte man von zwei Flanken angreifen, aber dafür bin ich leider etwas zu doof. Gut, Mädchen passt. Brauchst nicht mehr machen. Die Kamelreiter, die brauchen... Gar nicht angegriffen. Okay, passt. Auch okay. So. 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 Okay. Geht es mir hart auf den Sack. Geht es mir hart auf den Sack. Scheiße. Aber wenn du schon mal drin bist, dann lauf, lauf, verdammt. Du bleibst hier, die machen das platt, die machen das platt, okay. Wichtig war es auch, die Bautrollys platt zu machen. Okay, das ist auch gut. Ich denke, wir kriegen das so Schritt für Schritt hin. Sehr gut. Schafft ihr das noch? Okay. Let's go. Da rein. Du kannst hier hin. Jetzt müssen wir kurz noch schnell schauen. Das war klar. Okay, 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 okay. Okay. Ich bin dann hier. Ich bin dann hier. Ich bin dann hier weg. komm schon danke weit es geht der blaue auch gemacht die zwei türme und dann scheiße ok ok jetzt hat er da drin glück gehabt pack mal zusammen gut dann hätte man den blauen auch dann müssen wir halt noch gelb machen repariert ich mal hier sind noch mal paar leute die leute den spaß den gehen wir uns direkt hier kommt mal hier hin da das ein bisschen doof wenn ihr das macht der reporter mr report aber leider schon weg cool wie sich mein bildschirm wieder so auf stand bei modus ich liebe mein bildschirm danke bildschirm wie die spaßten alle noch kommen wir überhaupt hin darauf erst mal schluck spezi darf ich überall suchen wo die lümmel sind das macht der clever das ist ja süß gut jetzt ist es halt nur ein bisschen nervig dass man da 500 leute suchen muss so das platz machen und du machst das herblatt wenn wir hier die tür auf haben dann können wir hier durch und dann mal versuchen da weiter zu ärgern was war hier unten hat er sich noch mal ein dorfzentrum gebaut ne hat er nicht ok da ist der priester ja heidelein nett ein drivogé noch am start das ist ja sehr interessant interessant dass er so verdammt weit kommt kommen wir mal hier rüber ok 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 wir sollten eigentlich den platt machen hier aber komm du mal mit so dass das das hier sind dort komm mal her da lümmeln sie halt noch irgendwo rum ich schaue mal nebenher nach game of front ja das ist ja kein problem trieburg geschaffen rosa da kommen wir platt machen schau dir den lump an klatschen zu dazu die das ist das ist das ist der ich muss sagen das war so was heißt auch schwer aber es war schon ein bisschen ekelhaft muss ich ja schon sagen hier wäre der gelbe jetzt gewesen das war jetzt diesmal ausnahmsweise mal fordert das ist echt ein bisschen crazy du bist die ganze zeit hast du kampagnen wo bocke einfach sind wo du nicht mal ansatzweise angegriffen wirst und hier denkt man ja gut man steht jetzt ein bisschen sein leben und macht ein bisschen was vor sich hin und dann eskaliert aber dermaßen du wirst von den ersten zwei sekunden schon angegriffen und die ganze zeit nur aufs maul ja schön sehr gut war eine sehr gute kampagne bitte passt auf und gibt alles von der ersten sekunde an wahnsinn ja 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 ja